Willkommen zu einem etwas anderen Video und zwar die Battlefield 1 Open Beta auch ohne Facecam. So. Wie muss ich das jetzt machen? So, Butter. So. Da. Okay. So, wir sind jetzt hier im Spiel. Ich habe die Grafikeinstellung mal auf hoch gemacht. Ja, es ist meine erste Runde heute. Ich weiß noch überhaupt nichts. Mit T kann ich die Gasmaske aufsetzen. Okay. So, dann gucke ich jetzt erstmal Scout. Und lass mich mal da hinsetzen. Jetzt bin ich ja Sniper. Jetzt muss ich auch ein bisschen defensiver spielen. So. So, mal gucken. Lauf, lauf, lauf. Nicht sterben. Wo ist das? Wo ist das? Wir sind der Objektive, Charlie. So. 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 Ah, scheiße. Äh, na. Äh, fürs erste Mal. So, dahin. Jawohl. Aber ich kenne auch die Map noch gar nicht, also deshalb, ähm, könnte das ja ein bisschen schwierig werden. So. Kann ich nicht hoch. Dann kommt mal her. Weil die meisten, die das jetzt schon gespielt haben, denken sich bestimmt, oh mein Gott, was macht der denn da für eine Scheiße? Aber, naja, erste Runde. Ich weiß noch überhaupt nichts, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir das Spiel auch wirklich holen soll. Das wird sich aber auch heute auch herausstellen. Dafür sind ja diese Open Betas da. Aber diese Map ist einfach riesig. Hier bin ich jetzt in einer feindlichen, an einem feindlichen Checkpoint. Ich hoffe mal, dass ihr meine Grafikkarte nicht so allzu laut hört. Ich weiß noch mal, dass ihr das habt. Ich weiß noch nicht, ob ich das nicht verstehe. Ah. Mann. Oh fuck da kommt ein Panzer, ja er hat mich gesehen. Oh man. Jawoll. Oh der ist grad weggeflogen. Gut. Also der erste Eindruck ist schon mal richtig schön, auch wenn ich jetzt hier nicht viel rede, weil ich muss mich natürlich auch aufs Spiel konzentrieren. Komm schon. Mann. Alter, das blendet aber schon richtig. Also das macht schon Bock hier durchzulaufen. Ah fuck ein Feuerwerfer, scheiße. Mann. Das war aber schon knapp. Jetzt haben wir schon fast acht Minuten. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange spielen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Medic. Komm wir spielen mal als Medic und gucken mal was wir jetzt für eine Waffe haben. Ok. Also eine F wird verloren, ja. ab. Wtf. Wtf. So. Kommt her. Ja. Ja. Ja die. Oh. Das finde ich schön, dass hier die die Umgebung kaputt gemacht wird. Boah. Wo ist denn E? Wo ist denn E? Komm, geh mal zu E. Ob hier einer spawnt? Oh Gott. Mal gucken. Da ist gerade eine mit dem Pferd weggeritten. Und da ist er wieder. Ja. Okay. Ähm. Ja. Also. Lass mich lieber da einsetzen. Komm schon. Deploy. Komm schon auf demonstrated. Hey. Okay. ganz so viele spieler wirst du jetzt nicht finden ich merke das schon da ist man als sniper schon besser aufgehoben so wie der junge hier da kann auch auf weite distanz schießen man was er lag da ok na ich werde jetzt wieder als spiel defensiv komme ich viel besser zurecht und zwar dahin auf so einer großen map muss man eher defensiv spielen sonst bringt das nichts ich habe eingetötet jawohl so geht das so geht das laufen 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 und wo schieß einer ach du scheiße so so ok so so mann warum bewegst du dich denn kann ich die überhaupt von hier treffen ich weiß es gar nicht da kommt ein zug tut tut ja also da muss ich mal gucken ob ich irgendwo noch eine andere map finde ich gehe mal zu dir hier kann ich jetzt abräumen so so jawohl ja ja da konnte ich jetzt nichts machen ja dann gehen wir mal nochmals sold rein mann was ach wir wurden vom zu kaputt gemacht gut dann gehen wir noch mal nach c mit jetzt hier ist die party wir sind doch gar nicht so viele die grafik gefällt mir auch gerade richtig gut natürlich muss man noch so ganz kleinigkeiten verbessern aber es dafür ist ja die beta da ich habe sogar beide bekommen so auf lauf lauf scheiße man gaben freddie verloren so gucken wir doch mal liegt hier einer noch nein victory jawohl 14 zu 7 das klingt doch schon mal relativ gut und dann würde ich sagen ja wenn euch die erste folge battlefield 1 battlefield 1 beta open beta gefallen hat würde ich mich über ein like freuen damit ich weiß dass ich auch noch mehrere folgen machen kann und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video bis zum nächsten mal ciao